. Ich weiß nicht, wie viel ich bin, aber ich weiß nicht, wie viel ich bin. Ich habe vielmals gesagt, dass es so passiert ist, dass ich unten in der Latte stand und gedacht habe, dass der Ball übergeht. Und in dieser Zeit war so viel Wind gewesen, dass auf einmal der Ball in meinem Kopf getroffen hat. Du vergisst nie immer dieses Tor, aber in diesem Fall war es für viele aus Cottbus nicht so wichtig. Danke. Vielen Dank.